Einen wunderschönen guten Abend, ihr Tuning-Freaks da draußen. Ich wollte ein klein bisschen Werbung machen, nicht für mich, sondern für die Jungs und Mädels der Tuning-Szene München. Denn die werden ja, wie jedes Jahr, die Saison mit einem chilligen Parkplatztreffen eröffnen. Und wo und wann genau das Ganze stattfinden wird, erfahrt ihr zum einen natürlich auf der TSM-Facebook-Seite und auf www.tuningszene-münchen.de. Also, ich hoffe, ihr seid dabei. Benehmt euch auch dann ordentlich und anständig. Und was immer ihr tut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Stay tuned. Tschüss. Tschüss.